Mancha hat mich mein gesamtes Leben begleitet. 30 Jahre später haben wir diesen Spaß wieder. Was ist das für ein furchtbares Auto? Dieses Auto war der absolute Kult. Es ist ein Film über Familie, Freunde. Viel Action. Füchenreifen. Und... Stopp! Ein ziemlich fettes Autorennen. In dieses Kostüm nach 31 Jahren wieder reinzusteigen, das ist wirklich abgefahren. Das hat so einen Spaß gemacht. Ihr habt mich vergessen! Hammer!